Diese Sendung widmet Ihnen Energie Burgenland. Mit dem USB-Mini-Staubsauger können Sie Ihre Tastatur mühelos von weihnachtlichen Keksresten befreien. Neben der normalen Bürste gibt es auch eine Saugdüse, die in die kleinsten Zwischenräume kommt. Sie arbeiten den ganzen Tag vor dem Computer und haben verspannte Schultern? Keine Sorge, das USB-Massagegerät sorgt für Entspannung, fördert die Durchblutung und erhöht die Leistungsfähigkeit. Eine weitere originelle Geschenksidee ist die Solarleselampe. Mit Hilfe eines kleinen Clips lässt sich diese bequem an Büchern und Zeitschriften festklemmen. Den flexiblen Hals der Lampe können Sie in jede gewünschte Richtung verbiegen, sodass das Licht immer genau dorthin fällt, wo Sie es benötigen. Diese und viele andere interessante Produkte finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland.